Ein paar Mal. Komm, das ist nicht wegen uns die Sirene. Du, ich würde eigentlich gerne wieder weiter. Deine Höhle hast du untersucht. Wo kommst du jetzt da auf den Äst rum? Hast du die ganze Zeit Zeit gehabt? Ja. Schau mich nicht so an. Fünf Minuten habe ich mit dem Monsieur gequatscht. Geh mal maximal. Kann ich mich jetzt aufstehen? Habe ich dir auf Augenhöhe? Willst du wieder hoch herausfinden? Ja. Ja, was? Wenn es etwas zu fangen hat, fäng es. Dann fein. Hm? Nein, du bist nicht der John Wick. Komm. Kannst du oben runterkommen? Komm. John Wick. Komm. Haha. Er wäre noch an, oder? Ja, unter Mäusenkreisen könnte man so sagen. Hm. Irgendwo muss ja das ganze Holz auch fehlen. Ja. Wo bleib ich? Kollege Essig. Komm. Kollege Essig. Komm. Ja. Ja. Hätte ich gehört. Aber es ist mir scheissegal. Ups. Du musst rausbeiben. Ja, jetzt haut das noch wieder ab da rein. Hey. Muss man gleich noch einfach auf die John Wick machen. Ach, Leute. Halt mal noch. Weisst du, das ist so spannend. Oh, Manns. Hä? Ja, und etwas hat sie ja gesehen zum Schwanz an. Hä? Ja, dort auf kommen jetzt eher nicht, Finne, hä? Da wird's schwierig, muss ich aufpassen auf den Sackhaut beim Anstiegen. Jede Öffnung. Jede Öffnung. Ja, geh doch noch ganz hoch, komm. Fehlt doch noch. Ja, genau. Hm?